ja ich sag mal wo konnte man jetzt eigentlich nachtfestung id verlängern weil zeigt mir immer noch nicht eine idee im wieso ja weil wir das heute ja nicht komplett schaffen so dass wir dann beim nächsten mal da weitermachen wo wir hier aufgehört haben von vorne ja aber irgendwann müssen wir den gildenerfolg ja auch rein kriegen hier ist das doch mit der speedphase oder in der langsam phase würde ich kr zünden weil man das dann ausgleicht mit dabei Ich bin dabei Mach die Ads weg Hat der Tank die Kugels nicht bekommen? Ja, 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 hab ich Alle am Bauch kuscheln Hast du als Tank eigentlich auch die komische Fläche? Die Schaden vermeiden? Mach die Schaden vermeiden? Äh Wann auch nicht die Schaden? Ja, ich würd jetzt, ich würd jetzt, äh KR zünden, damit wir die langsame Phase einfach überbrücken Hast du mit der Kugel gekickt? Was hab ich gemacht? Du hast mit der Kugel gekickt, einer von den beiden, der die Kugel hatte Wir hätten das noch lange spielen können Das wird nicht sofort gekickt Übrigens, ähm Das, was Superman jetzt hat, müsste eigentlich raus aus der Gruppe laufen Äh Wolltest du übernehmen? Ist aber schon erledigt Ja, ich sparte Ads sind da Beziehungsweise spawnen jetzt Ja, wir sind dabei Ja, der Boss will aber nicht, der steht da fest Ja, der macht doch sein Ding, ja Ach, der macht schon überwältigend gemacht, nimm die Kugel und kiegt schon Damit wir aus der langsamen Phase rauskommen Oh shit, ja Ich bin grad echt lästig Jetzt müssen noch gemacht werden Jetzt kommt der auch mit Wunderbar Und wenn wir in der schnellen Phase Und jetzt nur mit der Kugel erst wirklich, wenn die Heiler schreiben, wir können nicht mehr Ja, 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 okay Ist das die schnelle Phase, ne? Ja, das ist jetzt Ja, und KR Da habt ihr sofort gekickt, noch bevor die Gelassenheit und irgendwas gezogen wurde Ja, ich weiß Das ist ein Feindfehler gewesen Ja, aber der, der Boss sieht auf jeden Fall gut aus Rechts 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 Immer ne Vierteldrehung entfernt Ja, alle hier Nach, nach, nach Oh fuck, irgendwie krepier ich Ja, 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 ich hab schon Wann das? Weiß ich Äh, Noxus Hab's schon längst gesehen, du Da bist da irgendwas stehen geblieben Ja Das, ja, das kann sein Als DDD krepierst du hier im Regelfall nicht Es sei denn, du läufst durch, ähm Das war blau, was aus der Mitte kommt Ich glaub, das war's, ja Das kam so in dem Tempo hier Das war auch normal Hab ich den Überblick verloren Das ist ein ziemlich geiles Trinket Das war's